Hier in unserer Stille im Schloss, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, mach mal sitz. Fein. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Bald geht's los, bald kommt hier die Serie Schlossprinzessin. Ich war gestern mit meiner Prinzessin im Schloss und es war wirklich wunderschön. Und ja, sie hat ja gesagt, sie will meine Frau werden und wir werden im Schloss heiraten. Und alles das seht ihr demnächst auf diesem Channel. Viel Spaß. Viel Spaß.